Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum vorliegenden Antrag fällt mir genau ein Wort ein – überflüssig. Um Missverständnisse zu vermeiden, gemeint ist der Antrag nicht das Thema. Kinder und Jugendliche wieder in Bewegung zu bringen, ist eine Herzensangelegenheit unserer Sportpolitik. Und als Thema bereits auf unterschiedlichen Ebenen gesetzt. Wir haben es gemeinsam mit dem Landessportbund in der Zielvereinbarung Sport 2023 bis 2027 für das Land Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Nicht im Kleingedruckten, nicht unter ferner Liefen, sondern ganz prominent als Erstes von insgesamt zehn Zielen. Das dürfte auch der antragstellenden Fraktion nicht entgangen sein. Aber Sie zitieren lieber eine Rahmenvereinbarung aus dem Jahr 2011. Natürlich, denn hätten Sie auf die aktuelle Zielvereinbarung verwiesen, dann hätten Sie die Überflüssigkeit Ihres Antrags selbst offengelegt. Meine Damen und Herren, den vorliegenden Antrag lehnen wir deshalb ab. Die Überweisung zur weiteren Beratung in den Sportausschuss stimmen wir natürlich zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Nettekofen. Ich darf die Gelegenheit geben.